Aquatool beschäftigt sich mit der Bearbeitung und Belebung von Wasser. Sämtliche Produkte werden bei uns im Haus konstruiert und produziert. Zuerst simulieren wir auf einem 3D-System den Lauf des Wassers in den von uns designten speziellen Wirbelkammern. Danach werden Bearbeitungsprogramme erstellt, auf deren Basis die Produkte in unserem Maschinenpark gefertigt werden. Unser Energetik-Duschkopf wird rein aus hochwertigem Aluminium ohne Kunststoffteile hergestellt und garantiert Stabilität und Langlebigkeit. Durch die eigens von uns entworfenen Wirbelkammern wird das Wasser energetisch aufbereitet. Es wird in den Wirbelkammern auf 300 Stundenkilometer beschleunigt und es erfolgt ein Gasaustausch. Dadurch werden die Lösungseigenschaften des Wassers verbessert und kann von der Haut bzw. vom Organismus besser aufgenommen werden. Der Wasserverbrauch wird dabei um bis zu 60% reduziert. Im Zuge dessen spart man auch Heizkosten bei der Warmwasseraufbereitung. Ebenso werden dadurch Kalkrückstände stark reduziert. Verbessern auch Sie Ihre Lebensqualität und somit Ihr Wohlbefinden durch unseren Energetik-Duschkopf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017